Bayern-Boss Uli Hoeneß übt mächtig Kritik an der Mannschaft. Welche Ansage hat jetzt der Bayern-Boss da wieder in Richtung des Bayern-Teams gemacht? Alles dazu gleich hier. Zudem scouten wohl die Bosse von Juventus Turin. Zum einen den Mittelfeldmotor der Bayern Leon Goretzka, aber das ist wohl nicht alles. Sie waren sogar dieses Wochenende schon in München und haben sich auch noch über Leroy Sané informiert. Was ist da jetzt dran und könnten die Bayern wirklich diese beiden Leistungsträger schon im Sommer verlieren? Und die Bayern, sie planen jetzt wohl ganz fest mit Josef Stanisic. Auch das wurde jetzt seitens verschiedener Medien berichtet. Bayer Leverkusen soll wohl keine Chance auf eine feste Verpflichtung haben. Das und mehr gleich hier. Vorab lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein in die Ansage von Uli Hoeneß. Was hat der ewige Bayern-Boss da jetzt wieder rausgehauen? Denn Uli Hoeneß, der hat sich gestern im Kicker zu Wort gemeldet und er hat dort einfach mal die Lage des FC Bayern Münchens so ein bisschen eingeordnet. Und sind wir mal so ehrlich, was Uli Hoeneß sagt, das ist eben auch gesetzt. Grundsätzlich hat er gesagt, er findet es sehr gut, wie die Mannschaft und der Trainer mit der neuen Situation umgehen. Es ist offensichtlich, dass sie sich zusammengerauft haben und beide Seiten sich sehr bemühen, aus dieser Situation das Beste zu machen. Die neue Situation ist eben, dass die Bayern öffentlich bekannt gegeben haben, dass Trainer Thomas Tuchel den Verein im Sommer verlassen wird. Und seitdem das passiert ist, tritt die Mannschaft definitiv stärker aus als zuvor. Die Ansage von Tuchel, dass man jetzt quasi schon für den nächsten Trainer spielt, um sich einen Stammplatz zu erarbeiten, die scheint anscheinend zu ziehen. Denn bis auf ein 2-2 gegen Freiburg konnten die Bayern wettbewerbsübergreifend seit dieser Veröffentlichung des Tuchel aus jedes Spiel gewinnen. Teilweise natürlich auch absolut überzeugt gewinnen. Ich sage nur zum Beispiel das Spiel gegen Mainz. Aber es blieb nicht nur bei den positiven Worten von Uli Hoeneß. Nein, er sagte, es gibt auch einiges, was kritisch zu betrachten ist. Er sagte, das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft gefällt mir nach wie vor nicht. Jeder einzelne Spieler muss sich hinterfragen, ob er Zweikämpfe so bestreitet, wie es notwendig ist. Das sind individuelle Nachlässigkeiten, die unbedingt abzustellen sind. Und da gebe ich Uli Hoeneß auch schon ein bisschen recht. Und wir sehen jetzt ja auch eine ganz, ganz neue Innenverteidigung, die jetzt immer zusammenspielt. Das ist Matthias Delicht und eben Eric Dyer. Min Jae Kim und auch Dyer und Obamecano. Beide sitzen aktuell nur noch auf der Bank. Gerade bei Obamecano gibt es jetzt ja auch immer wieder schon Gerüchte. Ja, der Spieler, er könnte möglicherweise schon im Sommer seine sieben Sachen packen und dann verkauft werden. Gerade weil man jetzt noch relativ viel Geld für ihn bekommen könnte. Gerade auch, weil die Bayern wohl noch einen neuen Abwehrboss suchen. Und dann wäre wohl gar kein Platz mehr für Dyer und Obamecano. Ein Sonderlob gab es übrigens auch von Bayern-Boss Hoeneß für Jamal Musiala. Der sagte, er macht es sehr, sehr gut. Es ist ein Vergnügen, ihn am Ball zu sehen, wie er den Ball am Fuß hält und auch nicht unter Druck unruhig wird. Und das muss man auch wirklich sagen. Das hat ja auch Lieberknecht, der Trainer von Darmstadt, gesagt. Da hat er ja selber zweimal getroffen und ein weiteres Tor vorbereitet. Und der hat auch gesagt, das ist schon krass. Man muss sich in Deutschland froh sein, dass man einen Spieler wie Jamal Musiala hat. Es ist in der Augenweite ihm zuzugucken, wenn man nicht gerade selber gegen ihn spielt. Und da kann ich hier allen Beteiligten recht geben, was Jamal Musiala da aktuell spielt. Das ist auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Aber ich verstehe auch definitiv die Kritik von Uli Hoeneß. Die Defensive der Bayern, da muss manchmal vielleicht so ein bisschen rabiater hingelangt werden. Da muss man vielleicht auch mal so einen richtigen Leader noch einkaufen, noch mit hinten reinstellen. Weil so richtig einen Leader hat man da aktuell nicht. Ich würde sagen, Eric Dyer kommt da gerade schon am nächsten dran, was man da wirklich als potenziellen Abwehrboss so hat. Oder wie seht ihr das ganze Thema? Eure Meinung könnt ihr da natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Interesse von Juventus Turin an Leon Goretzka und weiteren Bayern-Stars. Was ist da denn jetzt wieder los? Und zwar ist tatsächlich eine Delegation von Bossen aus Juventus jetzt kürzlich wohl in München eingekehrt, um so die ersten Gespräche zu führen. Juventus Turin, sie möchten wohl den ein oder anderen Spieler von den Bayern verpflichten. Wie jetzt die Corrello dello Sport, eine italienische Zeitung, berichtet, ist unter anderem der technische Direktor von Juventus Turin, aber auch andere Verantwortliche in der bayerischen Landeshauptstadt gelandet und haben sich zum Beispiel die Partie rund um Lazio Rom angeguckt. Einen Tag später war wohl ein Termin beim Rekordmeister auf der Agenda. Hier wurden Gespräche über mögliche Transfers geführt. Ein Profi, wo Juventus wohl besonders Interesse hinterlegt haben soll, das ist wohl Leon Goretzka. Ihn würde man wohl sehr, sehr gerne holen. Der ist aktuell aufgrund den Formschwankungen, gerade wieder sehr, sehr gut, in München nicht mehr unantastbar. Max Eberl und Christoph Freund, sie werden die Situation von Goretzka nach der Saison bewerten und wenn es zu einem Verkauf kommt, diesen natürlich möglichst ertragreich gestalten. Als weitere Namen gab es zum einen auch noch den Bayern-Star Leroy Sané, der wohl auch grundsätzlich das Interesse von Juventus Turin geweckt haben soll. Das wäre schon ein ziemlicher Monstertransfer, den die hier die alte Dame stemmen müsste. Da wäre einiges an Geld fällig. Sein Vertrag läuft eben 2025 aus. Das ist wohl das Einzige, was jetzt so ein bisschen die Hoffnung für Juventus ist. Der Stürmer, der Flügelflitzer hat auch schon angekündigt, seine Entscheidung wird wohl nach der Europameisterschaft erst fallen und deshalb wird dann Juventus Turin wohl konkret auf den Plan treten. Denn sollte Leroy Sané tatsächlich seinen Vertrag nicht verlängern, dann müsste man wohl in München tatsächlich einen Verkauf anstreben. Denn man muss es ganz ehrlich sagen, ein ablösefreier Abgang aus München heraus, das ist ein Horrorszenario. Das möchte man auf gar keinen Fall und da würde man auch auf Seiten der Bayern alles daran setzen, dass es dazu nicht kommen würde. Wie gesagt, letztendlich ist der Spieler hier mit einem gültigen Vertrag ausgestattet. Man kann ihn jetzt nicht zwingen zu gehen oder sonst irgendwas, versteht mich hier nicht falsch. Aber das weiß jeder Fußballprofi, man kennt das Sportgeschäft. Ein ablösefreier Abgang ist für einen Verein immer ein absoluter Super-GAU. Auch wenn es vielleicht für die Spieler eine eigentlich ganz akzeptable Option zumindest mal ist. Denn da gibt es ein dickes Handgeld. Man kann sagen, ja, ich habe doch meinen Vertrag erfüllt, sonst hätte ich doch verlängert und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das wird der FC Bayern München aller Voraussicht nach zumindest mit allen Mitteln versuchen zu blockieren. Wie gesagt, das waren jetzt erste Sondierungsgespräche, gerade bei Sané. Das wird ein Thema, wenn das zu einem Transfer kommt, dann wird das eine langfristige Verhandlung. Aber einen Spieler, den hatten sie auch noch auf dem Schien, Nasser Masraoui. Bei ihm könnte es tatsächlich jetzt die Option für einen Verkauf geben, denn man soll ja gar nicht so glücklich mit Masraoui sein aus Sicht der Münchner. Deswegen ist ja zum Beispiel Frimpong ein Thema und deswegen könnte das tatsächlich ein Spieler sein, der grundsätzlich für einen potenziellen Verkauf, zumindest mal aus Vereinsseite her, in Frage kommt. Sollte man da auch noch die ein oder andere Million vielleicht für den Spieler bekommen, dann würden die Bayern hier wahrscheinlich nicht Nein sagen. Gerade auch, wenn man eben hier potenziell dann einen Frimpong in der Pipeline hätte. Was wäre jetzt für ein Transfer von Nasser Masraoui so fällig? Er hat doch langfristig Vertrag, aktuell ein Marktwert von circa 30 Millionen Euro. Das wird auch die Summe sein, die man bezahlen müsste. Man hat ihn selber vor gut zwei Jahren ablösefrei aus Ajax geholt. Von daher wäre das jetzt an sich auch gar kein so schlechter Deal für den FC Bayern München. Der Spieler wird dieses Jahr 27 Jahre alt, ist damit eigentlich im besten fußballerischen Alter. Also er muss jetzt Leistung bringen, aber wenn jetzt eben ein potenzieller Leistungsschub ausbleibt, dann ist natürlich der 23-jährige Frimpong eine echte Option, die hier Sinn machen würde. So, da zumindest aktuell der Stand und eine Option, die vielleicht auf dieser Position auch noch Sinn macht, das könnte jetzt hier tatsächlich Josef Stanisic sein. Denn der wird im Sommer definitiv zurückkommen. Die Bayern haben ganz, ganz feste Pläne mit ihm. Das ist jetzt wohl auch schon klar. Grundsätzlich gab es wohl auch von Seiten jetzt Leverkusen, da gab es erste Fragen. Ja, kann man sich hier auch vielleicht irgendwie einen festen Transfer vorstellen? Da hat jetzt aber sein Berater Dieter Hoeneß jetzt tatsächlich sich bei der BILD zu Wort gemeldet. Nein, er wird definitiv zu dem FC Bayern München zurückkehren. Er hat Vertrag bis 2026. Es gibt keine Klausel oder Kaufoptionen für Leverkusen. Und er wird im Sommer wieder ein Spieler vom FC Bayern München sein. Und man muss klar sagen, wenn man sich die Elf von Schalballon so anguckt, er ist da mittlerweile ein absolut gesetzter Stammspieler. Er spielt da sehr, sehr oft, fast öfter als Kuzunu oder beispielsweise auch ein Tabsobar. Also jetzt am Wochenende hat der ja wieder durchgespielt für alle Kickbase-User. Also ich habe ihn zum Beispiel auch mal gehabt, habe ihn dann verkauft, als dann der Afrika Cup vorbei war. Und es hat sich nachträglich halt eben als ein Fehler herausgestellt, man hätte ihn halten sollen. Er macht das da auch richtig gut. Und es kommt natürlich auch wieder viel auf den neuen Trainer an. Es kommt auch auf den Trainer von Leverkusen an. Man würde ihn wohl gerne aus Sicht der Werkself halten. Wenn aber der neue Trainer bei den Bayern gerne mit Stanisic arbeiten möchte und Alonso beispielsweise dieser Trainer ist, dann könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er hohe, hohe Chancen hat, zum FC Bayern München zurückzukehren und dann eben auch dort eine tragende Rolle zu spielen. Ein klassischer Abwehrboss ist er meiner Meinung nach nicht. Er ist kein absoluter Lautsprecher. Ich glaube, so einer fehlt noch beim FC Bayern München hinten drin. Aber vielleicht ist es eine Rolle, die Eric Dyer dann letztendlich vielleicht auch langfristig komplett einnehmen kann. Was sagt ihr zu diesen Transfer-News? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zur Hoeneß-Ansage? Alles dazu und noch mehr. Wie immer hier, lass dein Abo da, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Das war es von mir. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.